Millionen hinterbliebenen Renten werden gekürzt. Einkommensanrechnung führt zur Verkürzung von Rentenansprüchen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Im Jahr 2021 haben rund 43% aller Witwen- oder Witwerrentenbezieher in Deutschland nur gekürzte hinterbliebenen Renten erhalten. Der Grund ist relativ einfach, eigenes Einkommen wurde an die Witwen- oder Witwerrente angerechnet. Das führte dazu, dass im Schnitt im Jahr 2021 2,5 Millionen Menschen nur gekürzte hinterbliebenen Renten erhalten haben. Also ich spreche von Witwen- oder Witwerrenten. Bei Waisenrenten ist es ja so, gibt es seit längerer Zeit schon keine Einkommensanrechnung mehr. Und im Schnitt wurden im Jahr 2021 rund 182 Euro eigenes Einkommen an Witwer- oder Witwerrenten angerechnet. Ganz interessante Zahl gibt es da auch noch und zwar knapp 500.000 Menschen haben im Jahr 2021 die ihnen an sich zustehende Witwen- oder Witwerrente gar nicht erst ausgezahlt bekommen. Das heißt also nach Ablauf des Sterbevierteljahres kam es dann zu einer Nicht-Auszahlung der Witwen- oder Witwerrente, weil eigenes Einkommen so hoch war, dass sämtliche Freibeträge ausgeschöpft waren und dann letzten Endes hier eine Null vor dem Rentenbescheid dann stand. Klar ist auch, dass die Rentenversicherung dadurch knapp 5,5 Milliarden Euro an Rentenleistungen, die sie an sich zu zahlen hätte eingespart hat im Jahr 2021. Klar ist aber auch, dass die hinterbliebenen Witwen oder Witwer für die Witwen-Rentenansprüche keine eigenen Beiträge in die Rentenkasse eingezahlt haben. Sie erhalten die gesetzliche hinterbliebenen Rente nur deshalb, weil die Witwen- oder Witwerrente Unterhaltsersatzfunktion hat und hier sozusagen ein Familienlastenausgleich stattfindet. Und deshalb sagt der Gesetzgeber genau aus diesem Grund, weil der Versicherte keine eigenen Beiträge gezahlt hat für die Witwen- oder Witwerrente, die er ja letzten Endes aus dem versicherten Stamm des verstorbenen Ehegatten ableitet, genau aus diesem Grund wird hier eigenes Einkommen angerechnet, aber natürlich gibt es für die Witwen- oder Witwerrente dann entsprechende Freibeträge, die ja jedes Jahr zum 1.7. eines Jahres, wenn es eine Rentenanpassung gibt, auch nach oben hin angepasst werden. Auch hier nochmal im Grundsatz klarzustellen, das ist nochmal ein Punkt, den ich gar nicht oft genug erwähnen kann, mit dem Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen für vorgezogene Altersrenten ab dem 01.01.2023 hat sich an den Einkommensanrechnungsvorschriften auf Witwen- oder Witwerrenten grundsätzlich nichts geändert. Es gelten immer noch die gleichen Vorschriften. Es gibt keinen anrechnungsfreien Einkommensverdienst bei einer Witwen- oder Witwerrente. Es gibt sicherlich Ausnahmen nach dem Altrecht, § 114 SGB IV, aber im Grundsatz wird Erwerbsersatzeinkommen an Erwerbseinkommen oder Erwerbsersatzeinkommen an Witwen- oder Witwenrenten, je nach Höhe über dem Freibetrag, dann zu 40% angerechnet. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.